Hier kommt das Video Tutorial für diese Woche. In Winterberg kam jemand zu mir und hat mich gefragt nach einer Schraube für seine Schuhkleads, weil er die verloren hatte. Ich habe dieses Jahr in Maribor schon ein Video dazu gemacht, wie man seine Kleads einstellt und was man machen kann, dass man die Schraube nicht verliert. Ich dachte, es eignet sich jetzt die Woche sehr gut, dieses Video zu droppen. Kommt jetzt! Jetzt gibt es für mich neue Kleads und neue Schuhe. Wie ich meine Kleads einstelle? Eigentlich super easy. Erstmal eine Flasche Loctite, damit sich die Schrauben nicht lösen. Loctite an jede Schraube. Schraube in die Kleads. Und dann habe ich ziemlich simpel. Klead gerade. Klead komplett zurück. Festschrauben. Fertig ist es. Aber ganz wichtig, Loctite, damit sich die Schrauben nicht lösen. Neue Schuhe, neue Kleads. Fertig fürs Training. Ge Authent, dich zu mystischen. Sie sind ein Einschränkungen zu machen. Um, jetzt mal wäre es mit einem Schrauben. Wie gesagt.